Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Keynote Back to the Future beim ersten digitalen Print Day. Mein Name ist Horst Huber, bin Geschäftsführer von Werk 2. Der erste digitale Print Day behandelt Content und Experience. Product Experience, Customer Experience und auch die Experience, die wir haben mit digitalen Formaten. Natürlich ist es der erste digitale Print Day, aber wir haben natürlich über die Jahre immer wieder Webinare durchgeführt und ich kann Ihnen nur empfehlen, auf unsere Website zu gehen und sich über die aktuellen Webinarangebote zu informieren. Da gibt es sicherlich viele spannende Themen. Unsere Experience bei der Analyse von Webinaren, bei den Teilnehmern von Webinaren, kann man drei Phasen unterteilen. Die erste Phase ist die sogenannte Willkommensphase. Hallo, hier bin ich. Dann die Phase der intensiven Teilnahme, der Konzentration. Und dann in der dritten, etwas abfallenden Phase, die totale Erholung. Das ist eine typische Experience, die wir nicht nur wir bei digitalen Formaten haben. Und um dies entgegenzuwirken, und die Aufgabe hat ein Vortragender sowohl in einem realen Vortrag als auch in einem digitalen Vortrag, die Aufmerksamkeitsspanne aufrechtzuerhalten. In einem realen Vortrag ist das relativ einfach. Sie, da hinten, ja genau, genau Sie, hallo, wiederholen Sie doch mal bitte den Inhalt der Folie vor drei Minuten. Oder wenn Sie schon mal einen Vortrag von mir live mitbekommen haben, baue ich häufig Filmreferenzen ein. Und die in einem interaktiven Zusammenspiel, muss das Auditorium viel mehr erraten und diskutieren, was der Film mit meinem Vortrag zu tun hat. Das ist leider in einem digitalen Format nicht so möglich, aber das wollen wir heute adaptieren, indem wir ein Gewinnspiel mit Ihnen machen. Das heißt, alle Filmreferenzen heute in diesem Vortrag, ob das die Benahmung von Filmen sind, Bilder, Sehnenbilder, Requisiten, Filmzitate, Filmmusik, was auch immer etwas mit einem Film zu tun hat, merken Sie sich das, Sie können das nachher auch nochmal auf YouTube sich anschauen und bis zum 10.05. können Sie dann alle Filmreferenzen uns mitteilen, die Sie gefunden haben. Und wer am besten dran liegt, gewinnt ein iPad Mini. So, unsere Variante, um ein bisschen die Aufmerksamkeitsspanne auch in Phase 3 aufrecht zu erhalten. Zurück zu meiner Kino-Titel, zurück in die Zukunft. Ich bin zutiefst überzeugt, wenn man die Zukunft prognostizieren will, muss man auch einen Schritt zurückgehen und auch die Vergangenheit betrachten. Und Back to the Future, ein fantastischer Film aus den 80ern, mit einer Zeitmaschine, einem umgebauten DeLorean, mit dem Fluxkompensator, um dann in die Vergangenheit zu reisen. Und dann, tolles Fahrzeug, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, Mann, ist das ein scharfes Geschoss. Und war dann sehr enttäuscht, als ich mitbekommen habe, dass in der Realität der DeLorean eigentlich ziemlich langsam und untermotorisiert ist. Und man muss ja auch nur eine Geschwindigkeit, eine gewisse Geschwindigkeit erreichen, um dann in die Vergangenheit zu reisen. Und da kommen wir natürlich auch auf die Fragestellung, wie schnell ist eigentlich dieser DeLorean im Vergleich zu anderen Autos aus Filmen, wie zum Beispiel das Batmobile oder Black Beauty aus Green Hornet. Was bei diesen ganzen Zeitmaschinenfilmen immer nicht berücksichtigt wird, ist, dass sich ja die Erde bewegt. Die Erde bewegt sich um die Sonne. Die Sonne bewegt sich in dem Ast der Milchstraße. Die Milchstraße bewegt sich und natürlich haben wir ein expandierendes Universum. Also wenn ich eine Zeitmaschine habe, überbrücke ich nicht nur die Zeit, sondern ich überbrücke auch den Raum. Und wenn man das berechnet und wenn man meiner Wikipedia-Recherche Glauben schenken darf, dann ist dieser DeLorean ziemlich schnell, weil er Berücksichtigung aller dieser Relativgeschwindigkeiten in diesen 30 Jahren zurück letztendlich auch noch eine 300-fache Lichtgeschwindigkeit zurücklegt. Von daher gesehen glaube ich, ist es der schnellste fiktive Auto in der Filmgeschichte. Als ich Back to the Future zum ersten Mal gesehen habe, fand ich die witzigste Szene, als Marty McFly, also in der Vergangenheit, als er zurückgereist ist, als er den Doktor trifft. Und McFly muss den Doktor überzeugen, dass er aus der Zukunft kommt. Und in dem Augenblick hat der Doktor eine Gedankenmaschine auf, um Gedanken zu lesen. Hat nicht so ganz funktioniert. Und er versucht zuerst mal zu erraten, wer Marty McFly ist, aber er kommt natürlich nicht drauf, weil die Gedankenmaschine nicht funktioniert. Und eine der Fragen war, hey, wer ist Präsident 1984? Und dann, Marty McFly, ja, ist Ronald Reagan, ist ganz klar. Und der Doktor glaubt das natürlich nicht, weil, hey, du meinst den Schauspieler Ronald Reagan? Und der ist jetzt Präsident niemals. Und erst als Marty McFly auf der Sony-Videostation eine Szene, eine Dokumentation zeigt von dem Doktor in der Zukunft, glaubt er das? Und dann meint auch der Doktor, sehr prophezeitlich, ja, jetzt verstehe ich auch, warum ihr einen Schauspieler als Präsident habt, wenn jeder so ein kleines Filmstudio hat. Und das ist tatsächlich geschehen. 1980 ist Ronald Reagan gegen Jimmy Carter angetreten. Es gab eine sehr negative Grundhaltung in Amerika, zum Beispiel auch durch die Geiselnahme in der iranischen Botschaft. Und Amerika hat sich einfach wieder Stärke gewünscht. Und diese Rolle hat Ronald Reagan perfekt gespielt. Weil zu seiner Hollywood-Zeit, auch wenn er nur B-Movie-Schauspieler war, war so seine Paraderolle der taffe Sheriff, der so erstmal schießt und danach fragt. Und genau diese Härte und diese Durchsetzungskraft hat sich das amerikanische Erfolg gewünscht. Und es war ein unglaublicher Ertrutsch-Sieg für Ronald Reagan. 44 von 50 Staaten hat er gewonnen. Warum ist ihm das gelungen? Weil natürlich das Medium Fernsehen omnipräsent damals in der amerikanischen Gesellschaft war. Und der amerikanische Präsident hat den Kanal am besten bedient. Wenn Sie meinen, dass das das einzige Mal war, täuschen Sie sich. Nehmen wir ein anderes Beispiel von Roosevelt gegen Wilkie 1940. Das war die, so gesehen, die Wiederwahl, die dritte Wiederwahl, was außerordentlich ungewöhnlich war. Weil typischerweise haben Präsidenten nur für zwei Amtszeiten kandidiert. Danach wurde das auch gesetzlich manifestiert, dass jeder Präsident nur zwei Amtszeiten hat. Und das war eigentlich keine sichere Sache, weil viele wollten einen neuen Präsidenten. Aber Roosevelt hat gegen seinen republikanischen Mitbewerber Wilkie deutlich gewonnen. Und er hatte Glück, weil es gab nur Radio. Roosevelt saß zu dieser Zeitpunkt aufgrund seiner schweren Krankheit schon im Rollstuhl. Hätte es damals Fernsehen gegeben, hätte er niemals die Wiederwahl gewonnen. Weil die Amerikaner natürlich einen taffen Kerl haben wollen und nicht jemand, der im Rollstuhl sitzt. Glück gehabt. Die erste Präsidentschaftswahl, wo Fernsehen eine absolut zentrale Rolle gespielt hat, war. Und zwar der erste Fernsehwahlkampf. Fernsehduell zwischen John F. Kennedy und... Das war der erste Fernsehduell in der amerikanischen Geschichte zwischen John F. Kennedy und Nixon. Und dieses erste Fernsehduell ging in die Geschichte ein, als Nixon angefangen hat zu schwitzen. Die Beleuchtung, damals noch sehr stark beleuchtet, war so heiß und Nixon hat einfach wegen der starken Beleuchtung geschwitzt. Und John F. Kennedy als junger, braungebrannter, agiler Kandidat, war viel photogener als Nixon. Und es war ein ganz knapper Ausgang in dieser Wahl und deswegen hat Nixon verloren. Aufgrund des neuen Mediums Fernsehen. Eine ähnliche Situation hatte man auch in der ersten Wahlkampf von Barack Obama gegen Cain 2018. Das war der erste Wahlkampf, der eine integrierte Social Media Kampagne hatte. Vielleicht hätte auch Barack Obama so gewonnen, aber seine Social Media Kampagne war eine der wesentlichen Fundamente seines Wahlerfolgs, auch der Finanzierung seiner Kampagne. Und genauso wie Barack Obama mit den Social Media als richtiges Instrument gearbeitet haben, so wie John F. Kennedy in dem ersten Fernsehduell, haben wir natürlich in dem Wahlkampf 2016 die Fortentwicklung von Social Media. Dort wurde nicht mehr das als Instrument verwendet, sondern der Präsident war Teil des Mediums. Genauso ist jetzt Donald Trump Teil des Mediums, wie es Ronald Recken Teil des Mediums war. Und Donald Trump hat sicherlich den Wahlkampf deswegen gewonnen, weil er die sozialen Medien ganz anders benutzt hat, neue alternative, fiktive Wahrheiten erfunden hat. Und die Relevanz, ob eine Information wirklich wahr ist oder nicht wahr ist, tritt eigentlich in den Hintergrund, sondern geht eher darum, dass die Anhänger mit Informationen versehen werden, die sie sowieso hören wollen. Was lernen wir davon aus Sicht der Produktkommunikation? Wir müssen uns in Zukunft die zentrale Frage stellen, wie viel Vertrauen genießt ein Touchpoint? Und da gibt es eine ein bisschen ältere Statistik aus Amerika, dass der vertrauensvollste Kanal in Amerika der Printkanal ist. Mit 56 Prozent. Also die Leute, die Konsumenten vertrauen eher dem gedruckten oder dem digitalen PDF als irgendwelchen anderen digitalen Kanälen, wie zum Beispiel Amazon. Haben wir mal einen kleinen Blick auf Amazon. Ich habe mir mal den Spaß gegönnt und habe nach Plastikschüsseln, nicht gegoogelt, sondern gesucht auf Amazon. Das war das erste Produkt. Ich dachte, ich suche ein völlig lapidares Produkt, das keinerlei große Relevanz hat. Eher ein Bedarfsprodukt und habe nach Plastikschüsseln gesucht. Spannende Erkenntnisse. Erstens, natürlich, dass Amazon's Choice ganz oben steht, ist sicherlich keine Überraschung. An oberster Stelle stehen Schaumstoffschalen. Sicherlich ein ganz wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Was wollen wir ohne Schaumstoffschalen machen? Eine Fragestellung, die wir uns auch jeden Tag stellen. Und deswegen gibt es auch für diese Schaumstoffschalen 1333 Bewertungen. Eine riesen Fanbase. Ein Schaum, der glaubt, dass diese 1333 Bewertungen, die natürlich alle exzellent sind und von fantastischen User Experience berichten, dass diese gekauft sind. Ein Schaum, der dieses denkt. Der nächste hat 30 Bewertungen. Was, wenn wir uns hier diese Site von Amazon angucken, kommt die nächste Frage. Ich höre häufig in den Diskussionen, wenn man digitale Touchpoints gegen Print-Touchpoints vergleicht, kommt häufig die Aussage, dass man viel mehr Platz auf einem digitalen Touchpoint hat, als auf einem gedruckten Touchpoint oder auf einem PDF-Dokument basierenden Touchpoint. Und die Frage ist, ob das stimmt. Und die Antwort ist, nein und ja. Zurückkommend zu dem Amazon-Beispiel, weil wenn wir nicht, wenn wir erstmal den ersten Blick auf ein Produkt werfen, und das gilt für die meisten digitalen Touchpoints, haben wir eigentlich genauso wenig Platz wie auf dem Print. Hier sieht man eine Zeile Text, die extrem vertrauenswürdige Anzahl der Bewertungen plus das Bild. Mehr Platz hat man nicht. Natürlich kann man dann auf die Produktdetailseite sehen und gehen und dann viel mehr Informationen erhalten, aber zur Identifikation und zur primären Kaufentscheidung steht eigentlich genauso wenig Platz zur Verfügung wie auf einem Print-Touchpoint. Stellen wir mal diese beiden Produkte gegenüber. Diese Plastikschüssel ist eine technisch korrekte Produktdarstellung, die man in allen Kanälen verwenden kann. Betrachten wir das Beispiel von Hefty Every Day. Die haben sich, was die Bilddarstellung angeht, viel mehr Mühe gemacht. Die haben sich überlegt, die Visualisierung, dass es nämlich um 50 Schalen handelt, haben sie auf dieser Produktdarstellung visualisiert, weil sie die einzelnen Schalen gestapelt haben. Sie haben auf das Bild ihre Markenkommunikation integriert. Es geht um die Hefty-Produkte. Und sie haben letztendlich drei USPs auf das Bild platziert. Eine Qualitätsinformation, eine Mengeninformation und das ist natürlich aus Amerika. Es ist ein amerikanisches Produkt. Und sie haben noch ein Anwendungsbild, ein emotionales Bild auf die eigentliche Produktabbildung gestellt. Ein Riesenaufwand für ein Bild in einem Kanal. Weil die haben natürlich nicht nur eine Schale, die haben natürlich ein breites Produktsortiment. Aber verglichen in der Darstellung auf Amazon ist natürlich diese Darstellung viel, viel besser und effizienter. Ich bin absolut überzeugt, dass dieser Aufwand sich für Hefty lohnt. Und zurück zu der Frage, wenn guter Content verkaufsfördernd ist und wenn ich mir diese Produktdarstellung auf Amazon oder auf den Websites anschaue, dann frage ich mich, warum investieren Unternehmen so wenig in ihren Content? Ich weiß aus der Erfahrung von vielen Kunden, dass einfach nicht viel Zeit da ist, dass man andere Dinge zu tun hat, dass man schon froh ist, dass man für jeden Artikel eine Produktabbildung online hat. Aber es reicht nicht. Und deswegen, wenn wir von Customer Experience sprechen, wenn wir von dem Content-Prozess sprechen, müssen wir uns mit der Frage auseinandersetzen, warum investieren wir so wenig in die Content-Erstellung? Zutiefst überzeugt, dass dies keine technischen Fragestellungen sind, sondern stärker organisatorische Fragestellungen sind. Provozieren können wir formulieren, Organisationen hängen den technischen Möglichkeiten stark hinterher. Heute gibt es Gedankenadapter, die in Echtzeit künstliche Ärme oder Beine steuern. In Echtzeit nur über die Gedanken. Aber wenn man häufig die Unternehmen betrachtet, sind sie eigentlich noch in den 50ern Doc Brown Status mit und verwenden die Technologien eher analog und schöpfen nicht alle Möglichkeiten an. Und dieser Fragestellung, warum das so ist, und ich kenne viele Unternehmen, die das Potenzial ihrer Systeme, das Potenzial der Digitalisierung nicht ausschöpfen, möchte ich noch ein bisschen eingehen. Und wie ich schon eingangs gesagt habe, man kann da auch aus der Vergangenheit lernen. Deswegen gehen wir zurück in die 80er. Eine ikonische Fernsehserie in den 80ern war Miami Vice. Die meisten kennen das hoffentlich noch. Wenn man das heute anschaut, sind viele Dinge fremd geworden. Aber in den 80ern wurden auch andere Dinge erfunden im Bereich der Organisationsentwicklung. In den 80ern hat man sich stärker auseinandergesetzt, wie Organisationen auf Veränderungsprozesse, auf Veränderungsprozesse am Markt, auf technologische Veränderungen am besten reagieren kann. Da gibt es einen kompletten eigenen Teil der Betriebswirtschaft, Organisationsentwicklung, die sich damit auseinandersetzt. Und diese Organisationsentwicklung startete und wurde massiv in den 80ern vorangetrieben. Und ich frage mich, wenn bei den meisten Kunden, und wenn sie auch ehrlich sind und bei sich schauen, dass die Kontenerstellungsprozesse nicht optimal sind, und wenn das flächendeckend bei den meisten Unternehmen so ist, dann muss man sich auch als Customer Experience Branche, und damit meine ich auch uns alle Hersteller, Berater, die Frage stellen, woran das wirklich liegt. Und hier mein Impuls in meiner Keynote, als ich sage, lasst uns mal versuchen, ein Customer Experience Projekt nicht als Marketing- oder IT-Projekt begreifen, was es natürlich ist, sondern lasst es uns als Projekt einer Organisationsentwicklung angehen. Was bedeutet das? Wir starten nicht beim Kundennutzen. Die typische Argumentation, da nehme ich uns natürlich mit ein, wenn wir einen Kunden davon überzeugen wollen, in die Prinzvie zu investieren, was sagen wir, naja, wenn du deine Daten in Ordnung gebracht hast, wenn du deine Prozesse geändert hast, wenn alle Daten perfekt sind und wenn du unser Tool einsetzt und wenn du die Templates programmiert hast und wenn du alle geschult hast und wenn du die Agenturen eingebunden hast und was noch alles. Wenn das alles passiert ist, dann kannst du perfekt kommunizieren, du kannst individuell, personalisiert kommunizieren, sagen, du hast die beste Customer Experience bei deinem Kunden und du hast einen signifikanten Wettbewerbsvorteil. Super. Klingt toll. Aber warum gehen die Organisationen diesen Weg nicht? Ich glaube, die Wahrheit ist sehr simpel. Um all diese Voraussetzungen zu schaffen, werden Jahre benötigt. Und nichts ist menschlicher zu sagen, naja, wenn ich das jetzt alles tue und das Gesamte dauert drei oder vier Jahre und dann sehe ich den Nutzen, das ist für die meisten Menschen einfach nicht motivierend, weil sie wollen Schnellergebnisse haben. Und die Idee der Organisationsentwicklung und übertragen auf die Customer Experience Projekte ist, den Menschen, den Mitarbeiter in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht zum Produktmanagement hinzugehen und sagen, ah, wenn du alle Produktdaten gepflegt hast, dann haben wir perfekte Touchpoints und wir haben 30% mehr Umsatz auf unserer Website, sondern dass man zu dem einzelnen Produktmanager hingeht und sagt, hey, wenn du jetzt beispielsweise die Daten im PIM pflegst, du persönlich, du in deinem Sortiment, welchen Nutzen hast du? Nicht die Organisation, nicht der Markt, nicht andere Abteilung, sondern welche Vorteile hast du als Person? Und wenn man in dieser ersten Stufe den Mitarbeiter überzeugt hat, geht man in der zweiten Stufe in die Überzeugung der Organisation. Damit meine ich in die Überzeugung der einzelnen Teams. Dass man dann sagt, gut, jetzt weißt du, was du persönlich als Produktmanager für Vorteile hast. Was hat die Abteilung Produktmanagement für Vorteile? Oder welche Vorteile hat die Marketingabteilung? Und wenn der zweite Schritt, die zweite Phase abgeschlossen ist, die einzelnen Organisationseinheiten überzeugt zu haben, dann in die Argumentation zu gehen und sich zu fragen, wie können wir die Customer Experience verbessern? Was müssen wir an Content tun, dass wir einen besseren Umsatz auf Amazon haben? Wie können wir Print einsetzen, um das digitale Grundrauschen zu übertönen? Diese ganzen Vorteile hin in die Kommunikation in der dritten Phase. Das ist mein Input für Sie, vielleicht CX-Projekte mal etwas anders zu denken, um letztendlich genau bessere Kommunikation machen zu können. Von den 80ern zurück in unsere aktuelle Zeit. Hier nochmal der Hinweis auf unser Gewinnspiel. Wenn Sie alle Filmreferenzen gesehen haben, gehen Sie, erkannt haben, gehen Sie auf die Website, auf unsere Website print.com slash Gewinnspiel. Dort haben Sie dann ein Formular, wo Sie all Ihre, die Filmreferenzen eintragen können und nutzen Sie die tolle Möglichkeit, ein iPad Mini zu gewinnen. Wenn Ihnen das heute jetzt alles zu schnell ging, wird dieses Video in den nächsten Tagen online gestellt und dann können Sie nochmal in aller Ruhe nach Filmreferenzen schauen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch viel Spaß und viel Information in den nachfolgenden Vorträgen. Dankeschön, mein Name ist Horst Huber, Geschäftsführer von Werk 2. Vielen Dank. Vielen Dank.